Mach denn überhaupt Dein Mathe? Hast Du Dich um Dein Mathe gekümmert? Ja, ich arbeite dran. Das hoffe ich. In Mathe ist es nämlich nicht so besonders gut. Aha. Und von wem hast Du das? Das wird schön. Wie braucht es Zeit? Das hast Du bei mir früher nie gesagt. Na, früher. Hör doch auf mit früher. You think will Weile haben. Ja, Du hast aber keine Weile. Du musst jetzt gut sein. Kannst Du mir auch mal ein bisschen vertrauen, ne? Das kommt schon noch. Das wird. Meine ich auch. Siehst Du, Oma hat die richtige Attitüde. Schön, dass Ihr euch einig seid. Und Oma, was hast Du am Wochenende gemacht? Hm, sauber gemacht. Gebügelt. Alles, was dazugehe. Warst Du aber aktiv? Mhm. Kann man wohl sagen. Aber mein Töchterchen hat mir nicht geholfen. Nee? Nicht, Mama. Hat wieder keine Zeit gehabt, ne? Ja, bis heute Nacht um drei habe ich Arbeiten korrigiert. Jetzt ist Prüfungszeit. Du und meine Arbeit. Du und meine Arbeit. Jawohl. Du und meine Arbeit. Jawohl. Wir setzen die Arbeit. Wir различ